Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Kochvideo. Hier auf meinem Kanal habe ich gerade schon ein paar Sachen ausgepackt. Als allererstes habe ich mir Karotten geholt, Rasierschaum, ein Schälchen Brombeeren, Bio-Paprika, 2 Flaschen Wasser, 3 Bananen, ein Schälchen Erdbeeren und Bio-Quark. Dazu kommt noch zweimal Himbeeren, Rombeeren, Aprikosen, zwei Äpfel, Bio-Kiwis, zwei Würmen, einmal Unterhosen, eine Packung Pilze, einmal Pesselchips, pikant, ein Sack Kartoffeln, eine Lende, Hackfleisch, Blaubeeren, Bockwürstchen von Dulano, Hähnchen Filet, zwei Passen Lippen Eistee, und einen Kirschkuchen. So, ich zeige es euch nochmal vom Nahen. Das ist mein Einkauf für die Woche. Wie gesagt, viel Obst und Gemüse dieses Mal, nur wenig Zuckersachen. Ich habe mir hier Rippen geholt, auch Cola geholt, aber das ist das einzige was Zucker hat, ein Großteil Zucker. Und ja, ich hoffe das Video hat euch halbwegs gefallen. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Lasst mir einen Daumen nach oben da, wenn es euch gefällt. Wenn nicht, dann lasst einen Daumen nach unten da. Euch einen angenehmen Tag. Wir sehen uns heute 16 Uhr auf Provo. Würde euch freuen, wenn wir euch in der Karte schütteln. Euch einen angenehmen Tag und alles Gute. Tschüssle und damit rein gehauen.